hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft monster projekt wieder mal hier im nachkommentating modus in doppel der geschwindigkeit ich muss mal kurz hier so mein fenster größer ziehen ich hoffe da und hier sollte ich ja passt so in vollstest qualität so was geht noch ein bisschen größer dann passt das ich schaue mir das ganze jetzt nämlich in meinem renderprogramm sprich in premiere an da ich nicht noch mal in 50 prozentiger sind in 200 prozentiger geschwindigkeit ändern möchte und somit somit kann ich das dann einfach hier ist vorschau anschauen kann nebenbei meine anderen videos rendern und dass da sind alle glücklich das sind alle froh haben wir mal einen kleinen fackelweg gefunden und schön viel mimichheit und kristalle und ein skelett ok ein skelett und alles weitere und so weiter und so fort und anscheinend eine base ok interessant auf jeden fall müssen wir jetzt mal die die essenz dinge mitnehmen wenn wir die liegen lassen wir das ein bisschen doof und ich glaube ich habe ziemlich viele übersehen im nächsten in den nächsten minuten aber das soll uns nicht daran hindern dass wir hier trotzdem unter weiter erze fahren man so ich soll es vielleicht doch ein bisschen die spur offen hat offen lassen dass ich dann sehen wann das video vorbei ist sehr nämlich nicht so schlecht so wie im letzten part aber wie dem auch sei wir fahren hier schön weiter bald sind auch unsere taschen voll und wir gehen wieder zurück hoffe ich zumindest wenn es so eine höhlen folge ist eigentlich relativ langweilig und ich war da die ganze zeit irgendwie mini zombies und so und sehe sie nicht und ich sehe sie einfach nicht ich weiß nicht wo die sind und warum und wo und was und wer und wie bitte und du weißt sowas alles so ich habe absolut keine ahnung was hier nach kommentieren soll und ich will nicht spoilern ich weiß jetzt nicht es ist ein bisschen schwierig wenn ich irgendwas sagt was jetzt bald passiert weiß ich nicht ob es in dieser folge oder in den nächsten ist und wenn es in dieser folge wäre dann wäre es gut wenn nicht wenn es in anderen folgen wäre dann ist das wiederum sehr schlecht sehr sehr schlecht uh slime dann machen wir gleich mal einen wakepunkt mit slime chunk einen wakepunkt war auch schon intuitiv in der richtigen farbe und ich spamme hier meine welt zu mit wakepunkten und dieses erst finde ich irgendwie voll cool weiß nicht wieso aber wenn das so tausende sachen raus ploppen finde ich das richtig cool irgendwie und da ist öl okay wir schwimmen mal in öl ist ja nicht so als ob das irgendwie herr nicht grad so toll ist bumm ja bumm und ich würde mich würde es echt interessieren an wie vielen ärztlichen vorbeilauf unbewusst und wie viele essenz das dinge ich liegen gelassen habe will ich nämlich nicht so wirklich liegen lassen das ist nämlich ein bisschen doof wenn ich das liegen lasse so da habe ich noch ein bisschen eisen entdeckt ein bisschen kupfer ein bisschen gold und sowas alles für diamanten sind wir leider zu hoch aber dafür gibt es hier sehr sehr viele andere erze wie unter anderem dieser essenz das wie ich schon sehr tausend oft mal erwähnt habe dass der sehr wichtig ist für uns und mit dem können wir unsere diamant produktion oder können wir überhaupt anfangen eine diamant produktion zu machen und das ist natürlich sehr sehr gut wenn wir das anfangen und das hat sich gleich doppelt gelohnt hier hinter zu erinnern wegen dem kristall wegen eier eisen wegen mimichheit und wegen essenz das richtig gut auf jeden fall so und da ist das natürlich auch noch gold und keine ahnung was und überall sind erze was ich überhaupt noch ansprechen wollte in diesem markt pack ist es irgendwie richtig arg wie viele erze es einfach gibt alle fünf zentimeter sind tausend erze und das ist richtig das ist nicht übertrieben sowas finde ich ich finde es einfach ein bisschen übertrieben wenn man jetzt eine kupfer ressource drinnen lasst eine silber ressource und sowas das ist ja super aber nicht von jedem mod alles denn das ist ein bisschen übertrieben ich meine ok fürs farmen ist es vielleicht ein bisschen naja hm einfacher aber wenn man es jetzt so sieht im adventure modus sozusagen wenn man es erleben will und wenn man es nicht tausend mal stehen bleiben will und zehn jahre für eine höhle brauchen will dann ist es ein bisschen zu viel und ich finde es ist wirklich ein bisschen zu viel dafür sind es sind diamanten verseltenert worden sozusagen wenn man das so sagen kann keine ahnung auf jeden fall was ich noch vorhabe ähm was ich in diesen äh in dieser Zeitraffer nicht gemacht habe sind mir amulette zu bauen äh aus diesen kristalldingern denn dann kann ich die immer mit mir rumschleppen und kann dann da hab dann resistance strength night vision und sowas alles und es ist richtig einfach richtig praktisch vor allem night vision für youtube weil es naja relativ dunkel ist aber strength regeneration resistance und sowas alles dann ist man einfach fast unsterblich wenn man noch eine gute rüstung hat und ich glaube ich werden wir dann auch bald ähm eine schöne rüstung von ich glaube eine bedrock rüstung werde ich mir mal bauen dann wenn ich in magical crops ein bisschen weiter gekommen bin ähm und ich noch immer meinen crew ich habe noch immer meinen creeper kopf auf einfach so richtig dumm hm ja 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 warum bin ich jetzt müde kann mir das ja verraten ich weiß es nicht auf jeden fall äh was wollte ich jetzt sagen keine ahnung ich wollte irgendwas sagen hm hab's vergessen hm ähm ich bin so richtig jetzt so brain afk geworden ich trinke erstmal was würde ich mal sagen ahh lecker sehr lecker und ich spiele hier mit meinem penspinning pen den man soo gut sieht hier das ist unglaublich da sind nämlich überall löcher drinnen wenn man hier sieht löcher oder es ist ein großes loch das sieht man einfach gar nicht und dann wähle ich hier einfach mit dem hintergrund natürlich sehr gut wenn man gegen das mikro hat dann wähle ich hier einfach mit dem hintergrund herum okay ich höre auf tschuldigung hier ist regeneration fire resistance fire resistance müssen wir uns machen für die hölle und apropos hölle wie lang sind diese kackzongy pigments auf einen böse ernsthaft ich meine das ist zwar ein bisschen gespoilert aber weißt was ich gehe das jetzt einfach mal googeln minecraft und schon wie man wie lange sind böse so richtig dumm gegoogelt minecraft gamepedia klingt vielversprechend auf jeden fall es geht hier im hintergrund ab beziehungsweise hier im vordergrund auch ich habe da gerade ein bisschen mit mich halt und es passt ja so schön ist da irgendwo ertrinken bekämpfen verhalten verhalten klingt gut also nimmt die gesamte gruppe eine feindliche haltung gegenüber dem spieler und im mehr spieler modus gegenüber allen spielern an nein und wird diesen diese diesen verfolgen entfernt man es sich von der gruppe und wartet zwei maincraft tage so sind sie dem spieler wieder neutral gesonnen nein nein ist eigentlich so ja okay aber nicht in diesem mod pack warum auch immer da muss ich mich noch ein bisschen erkundigen irgendwie da habe ich gerade essence dingsbums gefunden essence berry bush und sowas habe mich total gefreut und dann habe ich entdeckt ach das ist ja nur für xp ich habe gedacht ich kann mir dann auch noch so essenz dinge na ja züchten sage ich mal auf jeden fall zombie pigments in diesem minecraft monster irgendwie sind die gefährlicher irgendwie nicht weiß nicht die bleiben aggressiv warum auch immer hätte ich mir irgendwie nicht gedacht ist vielleicht nur bei mir so weil ich so ein scheiß typ bin oder so weiß ich nicht auf jeden fall bleiben die aggressiv und ich hoffe dass sich das irgendwann wieder beruhigt denn wenn die weiterhin aggressiv auf mich sind dann kann ich den neta einfach vergessen so jetzt bin ich auf die glorreiche idee gekommen hier ein bisschen sand zu farmen da ich ja noch ein bisschen glas brauche da ich für den blast furnace immer wieder glas braucht und so weiter und so fort und meine schaufel relativ schnell ist von dem her sammeln ich da jetzt einfach mal ein bisschen so richtig richtig verpeilt so in etwa hat es auch auf in normaler geschwindigkeit ausgeschaut so hoch und dann ab nach hause endlich bin ich wieder aus der höhle draußen und jetzt geht's hardcore ans kraften an sachen entdecken an farm weiter treiben die farm wir haben jetzt keine diamanten aber das wird sich in den nächsten folgen ändern auf jeden fall denn ich habe ja in der höhle eine kleine methode entdeckt diamanten herzustellen spricht zu kraften spricht kohle zu komprimieren kompressieren ja komprimieren und so werde ich das ganze jetzt auch anstellen dank meiner kohle farmen dahinten also ich nie hatte wo ist es jetzt hier drüben ist es da so hinten hier da und da bin ich mal sehr gespannt was mache ich da ach so das mit rucksack okay da packe ich dann die sachen raus ist ist gut okay gut ich dachte mir schon irgendwie dings und ich muss mir unbedingt ein lagersystem machen entweder ich sortiere die kisten einfach mal aber aufgrund von den tausenden sachen die ich immer wieder brauche und den tausenden sachen die neu dazukommen wer so ein server wo das ganze drauf liegt wie die jungs von sky tag das ganze haben richtig gut muss ich mal schauen wie das ganze hier in monster funktioniert welche dings ob ich mir da so ein me system oder sowas mache mal gucken weiß ich nicht me ist dann sowas mit zu aber zeugs oder sonst irgendein anderes lager was der alex mir schon mal gezeigt da muss ich mich ein bisschen informieren das wird dann nach dem ich magical crops ein bisschen weiter gemacht habe mein nächstes vorhaben sein so erstmal hier die busche die busche die büsche so heißt das ding schön hier auf pflanzen auf pflanzen was habe ich heute für ein deutsch egal auf jeden fall ist die folge in einen halben minütchen vorbei das ist nämlich ganz toll so und jetzt würde ich mal sagen ich mache mir mal ein paar von diesen essenz dingern wieder mal schauen wie viel ich da rausbekommen bin ich bin ich echt gespannt aber es schaut schon vielversprechend aus dass ich eine extreme essence bekomme 7 das heißt eine extreme essence fast zwei extreme essen habe ich schon das heißt fast die hälfte für einen diamant sieht und das ist richtig gut dann haben wir schon von den 14 stacks was wir brauchen also um die 66 1 halb oder was und das ist schon mal richtig super finde ich für das dass wir uns immer wieder neues also jetzt in den letzten folgen neue sachen die beziehungsweise so element sieht und sowas geholt haben auf jeden fall würde ich mal sagen ich bedanke mich auf jeden fall schon mal bei auf jeden fall würde ich sagen auf jeden fall blablabla und was ich da mache sehen wir im nächsten partner ich bedanke mich fürs anschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder eine kleine spitzhacke mache ich mir noch und da geht es mit was ganz spannenden weiter auf jeden fall bis zum nächsten mal macht's gut ich verabschiede lieber ein bisschen früher